Ich habe das Gefühl, die Prophylaxe läuft schlechter als zuletzt, sondern du weißt, die Prophylaxe läuft schlechter oder besser. Nimm uns nochmal mit in den Prozess, dass du ja gerade jetzt so ein bisschen dabei bist und sagst, ich kann endlich unemotional meinen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sagen, das ist Stand X und ich möchte fürs nächste Jahr das haben. Oder auch im Lobform, dass man sagt, Leute, ihr habt das toll gemacht, wir haben gegenüber dem Jahr davor oder dem halben Jahr, ich weiß ja nicht, wie die Kennzahlen da bei euch sind, eine Steigerung etc. Nimm uns dann nochmal mit, wie du da so eingestiegen bist. Stichwort Veränderungsprozess. Der eine oder andere, Marius wird es bestätigen, hat so mitbekommen, dass ich seit ein paar Monaten Dinge anders mache. Und da bin ich auch durch die Talfahrt und jetzt geht es langsam wieder so ein bisschen bergauf und Findungsprozess was machst du, blablabla blub. Auf jeden Fall habe ich viele Sachen, was Unternehmensführung, Unternehmensentwicklung, Strategie, Marketing, Mitarbeitergespräche einfach aufgearbeitet und in der letzten Mitarbeiterbefragung und das hat auch sehr, sehr wehgetan, obwohl ich immer mich krumm mache für mein Unternehmen und am Ende des Tages für meine Mitarbeiter und für meine Patienten ist es so, dass manchmal der Ton nicht stimmt. Das war zum Beispiel eine negative Bewertung. Ja, also wenn das Fass überläuft, stimmt der Ton nicht mehr. So, also habe ich Defizite, ich habe Defizite in der Kommunikation. Ja, und das ist Fakt. Wie kommuniziert man richtig? Darf ich kurz, Entschuldigung, eben übrigens sehr löblich diese Selbstreflektion. Das musst du ja machen. Ja, aber es gibt den einen oder anderen, der sagt, was erzählen die denn da, finde ich gar nicht, dass es so ist. Gibt es nicht nur den einen oder anderen, gibt es sehr, sehr viele, die das nicht so sehen würden. Dafür schon mal Chapeau. So. Als Weihnachtsmann. Sie auch den Chapeau. Und eine, eine wichtige, ein wichtiges Learning, vielleicht können wir diese Folge mal über Learnings reden. Ein wichtiges Learning ist, rauszufinden, also, oder, dass ich mir selber helfen kann, dass ich erkläre, wie Druck entstehen könnte. Und Kennzahlen sind halt das, was das zumindest packbarer machen und auch, wo man weiß, man muss irgendwo oder gibt Ansatzpunkte, die man vielleicht vorher gar nicht auf dem Schirm hatte. Es ist nicht das aller Heilmittel, aber es ist auf jeden Fall so, dass es dir den Überblick und deine Achillesferse deiner Firma sofort offen liegt. Und dann kannst du daran angehen. Jetzt gehen wir nochmal, ich habe jetzt ganz lange gar nichts gesagt, habt ihr vielleicht gemerkt, ja, ich habe euch jetzt mal was zugehört. Aufs Respekt vom Weihnachtsmann. Genau, aufs Respekt vom Weihnachtsmann. Aber, ich fange jetzt auch mit dem Aber an, das mache ich sonst eigentlich gar nicht. Wenn wir jetzt mal eure beiden Unternehmen nebeneinander stellen, ihr habt ja zwei unterschiedliche, gibt es einen ganz, ganz großen Unterschied zwischen diesen beiden Unternehmen und dieser Unterschied war deine Ursprungsfrage und die ist auf diesem Weg verloren gegangen. und zwar sprechen wir über eine Verantwortung dem Kunden gegenüber oder Patienten, deswegen heißt der auch nicht Kunde, sondern Patient und der ist dir in einem betriebswirtschaftlichen Unternehmen, egal wie kennzahlengetrieben der ist, egal, aber in einer Arztpraxis ist das nicht so, sondern du hast eine Verantwortung, eine ethische Verantwortung und das macht den Unterschied, weil bei dir… Peter, ich muss dich da unterbrechen. Du hast deine Verantwortung, das liegt auch in der Verantwortung, dass du gesund managst. Das Schulungszentrum Fundamental, da kommt jemand und bucht einen Kurs. Als Beispiel, der möchte einen Kurs buchen und der bezahlt für den Kurs und bekommt den Kurs. Dann sind wir quasi als Schulungszentrum verpflichtet, das Umfeld dafür zu schaffen und den Kurs zu geben. Mit den gebuchten Inhalten. Ja, richtig, richtig, aber wir sind gar nicht in der Verantwortung, auf die Gesundheit des Kunden zu achten. Also außer, dass der hier vielleicht nicht irgendwie überfahren wird vor der Tür oder sowas, aber… Sehe ich anders, sage ich dir gleich was zu. Ja, aber trotz allem sind wir in einer anderen Bringeschuld als ein Arzt. Das unterscheidet diese beiden Unternehmen. Es muss ja einen Unterschied geben, sonst käme ja die Frage gar nicht aus. Ja, aber du könntest ja… Wir haben ja schon offline mal drüber gesprochen, über die Sinnhaftigkeit von den Dingen, die wir so tun. Sei es der Podcast, sei es Referententätigkeit zum Beispiel. Und wenn eine Sache zu deiner persönlichen Vision passt, zum Beispiel ein Teil wäre, dass es in Zukunft weniger Angstpatienten gibt und du als Referent oder als Inhaber ein Schulungszentrum hast, ist das ein geiler Multiplikator dafür. Weil wenn du dafür sorgst, dass die in der Zeit, wo die hier sind, ja, Referenten vor sich haben, die sich ein Bein ausreißen, ob es in der Informationsgewinnung, Wissensvermittlung oder auch bei den praktischen Hands-ons, wenn die dazu beitragen, dass die Jungs und Mädels, die zukünftig implantieren, besser ausgebildet sind, ein besseres Gefühl haben, weil die auf einmal, guck mal, keiner, keiner kommt zu dir in die Praxis und bewertet dich. Du rührst immer in deinem scheiß eigenen Topf, klar kann das mal passieren, dass du zum Gutachter musst. Warum ist der Gutachter? Warum bist du kein Gutachter? Peter. Untertitelung des ZDF,